Mit dem Programm ABS Wachstumsinvestition finanzieren wir Unternehmen aus dem Bereich Industrie, Sachgüterproduktion, aber auch produktionsnahe Dienstleistungen. Wir finanzieren Vorhaben, wo es um Investitionen in neue Produkte oder neue Verfahren geht oder um die Modernisierung oder Erweiterung des Unternehmens. Den Zuschuss ABS Wachstumsinvestition bekommen Sie gemeinsam mit einer Finanzierung mit einem ABS ERP-Kredit und da führt der Weg entweder über die Hausbank oder direkt über den ABS-Fördermanager zu uns.